Wunderschönen guten Tag und hallo Merane. Wie ich euch ja bereits im vorherigen Video informiert habe, möchte ich euch zukünftig neueste Informationen aus dem Stadtrat geben und über eventuell Beschlüsse im Stadtrat informieren. Heute ist also der erste Tag, an dem ich gerne mal starten möchte. Wir hatten nämlich am 30. August unsere erste gemeinsame Stadtratssitzung mit unserem neuen Bürgermeister Jörg Schmeißer und auf der Tagesordnung standen wieder verschiedene Punkte. Doch bevor ich anfange, Jörg Schmeißer hatte wie erwähnt seine erste Stadtratssitzung seit seiner Amtszeit vom 1. August an und hat erst einmal die zahlreichen Gäste, darunter die Verwaltung, die Stadträte und unseren ehemaligen Bürgermeister begrüßt, ein paar einleitende Worte verloren und ging anschließend natürlich zur Tagesordnung über. Auf der Tagesordnung standen folgende Punkte. Zum einen mussten wir ein Mitglied des Stadtrats wählen, welches die Vereidigung und die Verpflichtung des neuen Bürgermeisters durchführte. In diesem Jahr fiel die Wahl auf Jörg Sommer vom Meraner Bündnis und dieser nahm dann auch im anschließenden Tagesordnungspunkt, nämlich die Vereidigung und Verpflichtung des neuen Bürgermeisters, die Vereidigung vor. Jörg Schmeißer sprach hierbei sein Diensteid und gab seine Verpflichtung gegenüber der Stadt Meraner ab. Doch im Vorfeld hatte noch Matthias Ulbricht von den Freien Wählern die Ehre, ein paar einleitende Worte zu verlieren. Unser ehemaliger Bürgermeister, Prof. Dr. Lothar Ungerer, war ebenfalls zu Gast. Auch an ihn gab es eine kleine Danksagung im Namen des gesamten Stadtrates und anschließend folgend auf die Vereidigung hatte noch Dr. Bernd-Heinz Ebert von der CDU die Ehre, dem neuen Bürgermeister, die Amtskette, die zu Feierlichkeiten getragen wird und sozusagen das Symbol des ersten oder obersten Bürgers der Stadt Meraner ist, umzuhängen. Anschließend kamen wir zur Einwohner-Fragestunde. Hier gab es diesmal keine Fragen. Solltet ihr in Zukunft Fragen an die Verwaltung haben, ich hatte es schon erwähnt, oder ihr könnt nicht persönlich vor Ort sein, dann gerne auch mich kontaktieren. Ansonsten habt ihr jederzeit, sofern ihr anwesend seid, die Möglichkeit, Fragen direkt an die Verwaltung zu stellen. Nutzt die Chance, nehmt davon Gebrauch, ist immer ganz hilfreich, beantwortet vielleicht offene Dinge, die euch schon immer mal interessieren oder wo ihr sagt, Mensch, da möchte ich gerne gezielt eine Auskunft haben. Ja, nach dem, oder nach der Erkenntnisnahme der Niederschriften kamen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, und zwar die Sitzungstermine des Stadtrates und der Ausschüsse für das zweite Halbjahr 2022. Hier wurden wir Stadträte kurz informiert, welche Termine für die verschiedenen Ausschüsse und Stadtratssitzungen auf uns zukommen, wann die stattfinden. Und nebenbei sei noch erwähnt, sollte es zu Eilanträgen kommen, also ein Eilfall, in dem der Bürgermeister einfach die Beratung oder Entscheidung vom Stadtrat benötigt, kann er dies jederzeit einberufen. Natürlich kann es auch sein, dass so eine Sitzung ausfällt, weil nicht genügend Tagesordnungspunkte vorhanden sind oder es einfach keinen Bedarf gibt seitens der Verwaltung. Anschließend ein weiterer formeller Prozess war die Abberufung aus den Aufsichtsräten. Unser ehemaliger Bürgermeister, der ebenfalls vor Ort war, hat die Kraft seines Amtes die Möglichkeit oder die Teilnahme an Aufsichtsräten und wurde darin auch gewählt oder bestellt durch den Stadtrat. Nun war seine Amtszeit zu Ende und dementsprechend musste er aus diesen Aufsichtsräten auch abberufen werden. Dies haben wir dementsprechend auch anschließend so beschlossen. Und kurzum zum letzten Tagesordnungspunkt. Natürlich muss auch der neue Bürgermeister wieder in die Aufsichtsräte entsandt werden. Ebenfalls kam es dazu eine Abstimmung und wir beschlossen, dass der neue Bürgermeister jetzt in diesen städtischen Aufsichtsräten von uns entsendet wird. Soweit erstmal von unserer Stadtratssitzung. Ich hoffe, zukünftig gibt es wieder spannende Themen, die zu entscheiden sind, wo ihr auch gerne, wie gesagt, schon mit mir diskutieren könnt. Ihr könnt gerne unter die Beiträge kommentieren. Ich möchte euch da auch weiter auf dem Laufenden halten. Das war es erstmal dazu zum ersten Video. Vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Alles Gute euch. Bis bald. Euer Martin Walf. Macht's gut.